Deswegen wird der heutige Trainingstag so ein bisschen ein alternativer Trainingstag. Warum ich das mache, würde ich sagen, klären wir, nachdem ich jetzt erstmal ein paar Kilometer geskated bin. Guten Morgen zusammen, wir haben heute Samstag. Wie man sehen kann, bin ich heute mal nicht zum Schwimmen, Laufen, Radfahren oder Paddeln unterwegs, sondern ich bin mit meinen Eltern mal ins Weiße gefahren, genauer gesagt nach Oberammergau, weil hier schon relativ viel Schnee liegt und auch die Leute gut gespürt sind. Deswegen wird der heutige Trainingstag so ein bisschen ein alternativer Trainingstag. Warum ich das mache, würde ich sagen, klären wir, nachdem ich jetzt erstmal ein paar Kilometer geskated bin. Von daher genieße ich heute mal die Einheit im Weißen und bis später. Hüseyin und Beklein Hüseyin und Beklein Musik Es wurde jetzt dann nach dem Langlaufen relativ zügig sehr kühl. Deswegen bin ich jetzt erst nach Hause gefahren und erkläre euch jetzt, welche zwei guten Trainingseffekte das jetzt hat. Zum einen ist es ein mentaler Trainingseffekt, weil es natürlich ein bisschen Abwechslung in das bisherige Training immer reinbringt und einfach vom Kopf her so ein bisschen mal abschalten kann und einfach mal mit den anderen Sportarten nichts wirklich zu tun hat und da einfach schön das Panorama genießen kann. Und das zweite ist, für den Körper ist es natürlich auch noch mal eine ganz andere Belastung, weil man natürlich die Arme und die Beine gleichzeitig trainiert, sprich man hat eine deutlich höhere Belastung, als wenn man jetzt nur die einzelnen Muskelgruppen anspricht. Und das habe ich die letzten Winter auch immer gemacht. Da war ich dann meist einmal im Januar für zwei Wochen in St. Moritz zum Skilanglaufen. Allerdings durch den vielen Schnee jetzt ergibt sich das natürlich auch bei uns in der Umgebung und deshalb konnte ich das jetzt sehr gut nutzen. Das ist dann immer sehr angenehm, aber auch sehr anstrengend, aber ich genieße das Ganze auch immer. Von daher war das sehr gut, waren jetzt so knapp 25 Kilometer, also jetzt nicht so mega viel in etwas unter zwei Stunden. Sollte jetzt auch nicht zu anstrengend sein, sondern einfach so ein bisschen halt die Abwechslung mit reinbringen und so ein bisschen ein alternatives Training einfach sein. Das hat das heutige Training dann auch voll erfüllt und das war es jetzt dann noch mit dem heutigen Vlog. Wie immer vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Video.